So, hallo, herzlich willkommen zu Hearthstone und zu der Gruppe Abenteurer. Es sind ja nun schon ein paar Tage ins Land gegangen, auch für euch, da ihr die Videos geguckt habt. Oder auch nicht, je nachdem wann ihr sie natürlich guckt. Es geht eben um die Gruppe Abenteurer und die haben so manches auf dem Kasten. Also, ich muss mir überlegen, wie ich das am besten mache. So, schau mal. Jetzt müssen wir wieder auswählen. Ich nehme den Brukan. So. Ne, das mache ich jetzt nicht mit der Gewitterblüte. Ich lasse eben... Ja, schön. Okay. Vielleicht können wir ja zusammenarbeiten. Braucht ihr erfrischendes Quellwasser? Nein, aber eure Ausrüstung sieht nach würdiger Beute aus. Äh... Ja, ich habe nichts weiter zu tun. Geht mir aus, den Weg! Schöner Tag zum Meuchel! Ja, und das ist... Die Höhlen sind gefährlich. Ich kann euren Rückzug... Und das ist eben das, was wir jetzt hier als Problem haben. Wir haben hier Hilfe gesucht für zwei Mana. Äh, Heldenfähigkeit ruft zwei Abenteurer. Also, mit zwei und zwei, ne? Zufälligen... Mit zufälligen Bonuseffekten... Herbei. Ne? Das ist, äh... Eben das Problem an der ganzen Sache, die wir hier haben. So, jetzt machen wir hier wieder mal an. Den können wir... Hm. Okay. Das war's. Gut. Ein Schuss. Einfach weiter zaubern! Okay. Äh... Für die Dunkelstärbe! Das war's. Ach, shit. Das war... Blöd. Ich hab Seelen... Ich hab Seelen... Ich hab Seelen... Ich hab Seelen... ...Mit da zu füllen. Aua. Aua. Okay. Was ist los, mein junger Freund? Ich weiß nicht. Manchmal frage ich mich... Wozu bin ich... ...überhaupt gut? Okay. Ein Schuss! Ihr macht mir keine Angst. Die Dinge lasten schwer auf euch. Ihr seid ein Druide, ein Runentotem. Ihr habt ein starkes Herz. Nutzt es. Und jetzt probiert mal einen Höhlenpilz. Ich will wissen, ob man die essen kann. Oh, das war's. Okay. Einfach weiter zaubern! Zwei Äxte sind doppelt so gut. So. Alter, Frau Schönheit! 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 Okay. Zwei Äxte sind doppelt so gut. Herr damit! Seht nur, was ich gewonnen habe! Geht mir aus dem Weg! Benötigt ihr einen Segen? Oh, okay! Oh, okay! Oh, yeah! Okay. Das war's! Das war's! Oh, okay! Oh, okay! Oh, okay! Oh, okay! Oh, okay! Oh, okay! Nein, 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 nein! So, ich brauche den. Oh, okay. Nein. Verdammt. Dabei sah es so gut aus. Ne, ich bin tot. 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 Hier ist eigentlich nah genug. Ich bin tot. 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 Das hat geklappt. Ich bin tot. 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 Ummm Okay Ow Ich fand den Splitter, von dem ihr sprecht Wir Giftzahnlords dachten, seine Macht könnte unseren Meister erwecken Aber der Albtraum ergriff auch den Splitter Die Verderbnis breitet sich aus Sie ist unaufhaltsam Oh je, mach ich denn jetzt Das war's Das war's Hmm Ah, okay Okay Aua Spürt meinen Frost Mondfang Das war's Das war's Ah Verdammt Ihr könnt uns nicht aufhalten Die Höhlen werden euer Tod sein Ich befürchte dem Naru Splitter ist etwas Schreckliches widerfahren Das war's Okay Das war's Das war's Äh Es ist vorbei Aua 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 Der Albtraum endet nie Offenbar Offenbar Okay Okay Der Mergriff war jetzt keine gute Wahl Wir machen Wir machen jetzt einfach mal Äh Jetzt mal jemand anders nehmen Und zwar nehme ich wieder Brokan Tatsächlich Wir nehmen mal die beiden weg Mal gucken was wir jetzt ziehen Ah ja Ah ja So Wir wählen Brokan wieder aus Das war's So Okay Dieses Öde Land War einst Grün Und Rein Das Juwel Des Kontinents Okay 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 Finger weg von meinem Toll So Ah ja Unser Anführer Naralex Wollte dem Brachland Durch den Smaragdgrünen Traum Seine Schönheit zurückgeben Aber der Traum Wurde zum Albtraum Äh Ja meinetwegen Das war's Na gut Schlängelt hervor Meine Brüder Au Das war's Schlang Es Wissen Schlangen Sein Ah Verdammt 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 Das geht schief Ich Ich fand den Splitter Von dem ihr sprecht Wir Giftzahnlords Dachten seine Macht Könnte unseren Meister erwecken Aber der Albtraum Ergriff auch den Splitter Die Verderbnis Die Verderbnis breitet sich aus Die Verderbnis breitet sich aus Sie ist unaufhaltsam 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 Die Töme Die Töme Die Töme Gäste Die Töme Erg Oh! Für die Dunkelsterbe! Das war's. Schlange! Es müsse Schlange sein! Hm. Ihr könnt uns nicht aufhalten! Die Höhlen werden euer Tod sein! Ich bin die Erde! Das Wasser! Sie sind... Gift! Unnatürlich! Hm. So, der muss weg! Na, ich bin eh eigentlich... tot. Der Albtraum endet nie! Puh, puh, puh! Das heißt, ich muss es wieder ausprobieren. Welche Karten und welche Sache hier am besten passt. Das wird schwierig. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Wir ersetzen mal alle Karten. Das ist das Erste, was wir tun. Wen wählen wir jetzt dann aus? Dämmergriff und Brukan haben wir schon rein. Rokara? Ja, die könnte ich benutzen... ...um gegebenenfalls Dina... Ähm... Damit... Ähm... Oh! Ähm... Okay, warum geht das jetzt nicht? Na... Moment. So. Äh... Also, was haben wir hier? Herz der Wildnis? Ja, ich habe nichts... Wassergestalt. Okay. Wir nehmen das. Okay. Zwielichtläufer. Zwielichtläufer. Überlebendes... Oh, ja. Das war's. Sehr schön. Oh, toll. Dieses öde Land war einst grün und rein. Das Juwel des Kontinents. Das war's. Shit. Ne... Träger. Aaaaahhhh... Unser Anführer Naralex wollte dem Brachland durch den smaragdgrünen Traum seine Schönheit zurückgeben. Aber der Traum wurde zum Albtraum. Nee, das geht nicht. Mond fangen. Das war's. Mist. Nicht schön. Nee. Okay. Entschuldigung, irgendwie ist meine Nase heute sehr... ... ... ... Gebt's niemals nach! Ich schulde euch was! Da trickst jemand! Na gut, dann eben so. Das war's. Hm. Schlängelt hervor, meine Brüder! Ich fand den Splitter, von dem ihr sprecht. Wir Giftzahnlords dachten, seine Macht könnte unseren Meister erwecken. Aber der Albtraum ergriff auch den Splitter. Die Verderbnis breitet sich aus. Sie ist unaufhaltsam! Okay, das ist... Ja, genau das ist es. Das ist fast. Das ist fast. Ah, das gibt's doch nicht. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Die Höhlen werden euer Tod sein. Ich bin kein Freund der Allianz, aber diese Nachtelfen sind so völlig anders entstellt. Ja, Problem ist, ich hab nur keine Diener. Das war's. Der Albtraum endet nie. Ja, das sieht wohl so aus. Puh, okay. Dann lassen wir das erstmal dabei. Irgendwie werden wir es schon schaffen.